Wir haben wieder viele, viele Vereine geehrt. Wir haben aus dem Gewinnsparen des Landes Baden-Württemberg bzw. der Volks- und Raiffeisenbanken insgesamt in diesem Jahr 77.000 Euro ausgeschüttet und heute Abend war jetzt der Abend, wo wir nochmal alle eingeladen haben und das Gewinnsparen vorgestellt haben und natürlich auch die Entwicklung. Wir haben in den letzten Jahren viel dafür geworben. Wir haben viel bewegt. Wir haben unsere Losanzahl gesteigert auf fast 14.000 Lose. Wir haben insgesamt eben 77.000 Euro Ausschüttungen und wollen diese Idee weitertragen. Die Idee, die denn heißt, sparen, gewinnen und helfen. Gewinnen, natürlich hochinteressant mit jedem einzelnen Los, kann man Monat für Monat auch im nächsten Jahr wieder Autos gewinnen. Zwei SLK, Mercedes 3C 180, Geldgewinne 25.000, 10.000 und auch viele, viele Kleingewinne, die Jahr für Jahr uns dazu bringen, dass wir sagen können, wir tun was für die Umgebung, wir tun was für die Region, aus der Region und für die Region. In diesem Sinne freue ich mich über jeden, der bei uns in der Ehinger Volksbank oder in unseren 26 Zweigstellen ein Gewinn sparlos zeichnet. Am besten gleich fünf oder auch zehn und damit beiträgt, dass wir für die Region viel tun können, dass er selber jeden Monat gewinnen kann und zusätzlich auch noch Monat für Monat Geld auf dem Sparbuch spart. Kommen Sie zu uns, hören Sie sich das an, die Kollegen in den Filialen freuen sich und vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr auch hier wieder, wenn Sie als Verein oder als Institution von uns eine Spende bekommen und Jahr für Jahr, Tag für Tag, Monat für Monat, damit was Gutes in unserer Region tun. Musik Musik Aus einem Blut, aus einem Blut, Blut und Blut. Und was? 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 Du bist. Was? Was? Mein unglückes Herz und wer sagt, Wie der Süße schlägt? Sag mir, wie bald, wie bald, wie bald, Wie bald wirst du gehen? Mein unglückes Herz und wer sagt, Wie der Süße schlägt? Sag mir, wie bald, wie bald, wie bald, Wie bald wirst du gehen? Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Vielen Dank! Wie bald, wie bald, wie bald, wie bald, wie bald, Sag mir, wie bald, wie bald, wie bald, Wie bald wirst du gehen?